Weil ich nicht springen soll Genau Ja lass einfach sie weitermachen Hat er noch mal auf die Ohren gekriegt? Nö, hat keiner P6 und Trevarko sind bei mir Das ist die Bude, wenn er gebraucht hat Heißt, dass mein ABA auf jeden Fall stehen Oh, da ist ne J da unten, ne? Oder ne Scheer Aber er ist nicht viel, da kommen wir drüber Zack, zack, weg damit Ja Einmal drüber bügeln Einmal rüberrutschen Ich muss nicht so rausschießen lassen Im Moment sind noch die Scouts hier Den ersten Scout kümmer ich mich schon Wollen die beiden Scharlemannis in der Mitte Die Mitte aufhöhlen Wenn wir zum Rush ansetzen, dann können die In der Mitte ja durchbrechen, weil die Mitte ist bei denen Eigentlich nicht besetzt Das war der Plan Außer die Schale, die da noch rumfährt Sicher, dass das der Plan war? Kommt alles ein bisschen planlos rüber Planlos geht ja planlos Im Süden ist erstmal nix mehr da, ne? Ja, ich... Es dürfte dunkel sein Ja, ich... Lass dir mich mal vor Die Schere ist wichtig Die Schere muss raus sein Ist das eine Schere? Ne, ist gar keine Wird oder irgendein Was auf jeden Fall schießt sie auf mich Backen kann sie auch Waren SS im Süden? Hab ich nicht viel gesehen Ein U-Boot ist in der Mitte Wird auf jeden Fall Minen Das Ding Flure pass auf Ach, seh schon Das ist mir wichtig, ich finde Wollen wir da jetzt mal ran fahren, oder? Ja Der Scout ist wieder über euch Flieger können Wir holen uns jetzt aus... Jetzt ist mein Scout im Süden noch Im Moment ist noch Licht bei denen Der Scout ist dort Pass auf, da sind Minen Norden komme Zweite Süden ist dunkel Süden... Süden... Die... Man hier... Aber Headlocks mit? Blue Eye turn Auch, ja Die Landra, oder wie die auch immer heißt Die Landra So reinziehen? Ja, wie auch immer So reinziehen? Du bist dunkel Die... J gehen Wir brauchen Norden Ein bisschen... Äh... Unterstützung Bei Licht Hier... Hinter mir Süd mal Puschen Ne, noch nicht Hör bei mir Blue Eye push Leicht Jetzt wird's dunkel Ne, wird nicht dunkel Der zieht seine weg Von mir Habt ihr Red Shucks? Genau Ich hab Red Shucks im Süden Ja... Ähm... Will die Mitte reinziehen? Die... 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 Die Schale man jetzt? In der Mitte bitte... Hedgehogs Sehr gut So... Süd... 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 Ne... Vorlos... Ja... Fahr doch rein dann rum Ja, ich denke auf jeden Fall ein Scout ab Ja... 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 Kann ich hier gerade Mini mitnehmen? Oder was ist das? Scheiß... Jetzt Das ist gerade super hell Ist alle super hell Norden ist dunkel Jungs Ne, nicht Doch... Ne... Über mir ist ein Scout Verwirrer, der ein bisschen zu wird Ah, ich seh es... Ich stolze runter So... Ich muss mal Luft holen im Süden Als erst vorne So... Ich bin schon wieder ein... Licht, ne... Kriegst du mich im Norden dunkel? Nein... Kriegst du einen Fels in der Bohre mit einem Schiffchen? Nö... Hier ist einer... Ja... Perfekt... Ja... Hier ist noch ein Scout, ein Stück weiter im Süden Hier ist noch ein Scout, ein Stück weiter im Süden Ja... Ja... Da sind auch alles voll Minen Aber es ist auch... Was ist dort? Ja... 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 1 Volt ist noch Ja... Ich flieg schon hin zu dem... Stefan kannst du mal tauchen Hier oben Ja... 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 Flore kannst du wieder auftauchen Das SS ist da... Oben Da... Ist ganz weit hinten Ich hol nochmal Luft Stefan... Ich hab da noch Hedges dabei, also... Das kriegen wir schon hin Guck mal, dass du scheiße... Oh... Da kaputt kriegt der China Ding Gut eingesetzt Bin ich dunkel im Norden? Oh... Ja... Ich fliege aber bei euch Im Norden? Oh... Teku Teku Na... Jetzt kriegt der Orbit Na, sieht gut aus Ich krieg's nicht kaputt, der Scheib Hau die CVs raus Oben im Norden müsste das SS irgendwo sein, oder? Ähm... Der hat die Stecker ge... Stefan, komm mal nach oben Sooo... Wie machen wir's? Äh... Die Schiffe, die keine Headshots haben, die können ja... Weiß nicht... Stefan, zieh mal nach oben Ach so, ich sag mal... Hauptseil... Da ist auch gewonnen Wahnsinn Wahnsinn Jetzt geht's aber vorwärts So, Linie bilden... Kann ich mit dem APA im Süden bleiben? Boah lieber Nord... Warte... Ich würde sagen... Im Süden sind wir mehr... Da ist... Main zu sein... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 9... 9... 9... Also... Ein mehr... So... Ah... Die Oklahoma... Genauso spielen wir eben... Scheiße... Ich weiß nicht... Also im Süden haben die halt keine Headshots... Ah doch... Ich fahr lieber ein bisschen defensiv... Wir sind erst erst im Süden gewesen... Ich hab nichts gesehen... Fahr ich da mal rüber... Russenpapier... Falten... So... Magi... Da ist das... Können wir ein bisschen drücken im Norden und... So... Können wir nur Rauchen runter in die Linie fahren... Das... Das würde... Würde bei dem Hafenangriff Sinn machen... Das SSS ist aufgetaucht... Unter der Wolke... Können wir mal... Ja... Süß... Ja... Sehr gut... So... Die Schale... Mann... Hier... Ah... Ist halt auch... Ich drehe jetzt noch mal ein bisschen um... Voll licht... Doktor... Ich weiß noch wo es früher auf den EU-Server ging... Wenn... Wenn sich einer versucht hat... Auf den Account einzuloggen... Dass man dann gegrasht ist... Wenn das doch mal gehen würde... Ey... Ich müsste mit ein bisschen fahren... Ich fahr schon in die Mitte rein... Oh... 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 Also... So wie ich das sehe... Haben wir deutlich die Fighter überhand, oder? Äh... Nur dass wir das jetzt erst nicht durch... So die... Die... Die Amagi Mitte... Süden kommt... Im Norden ist nur mein Scout... Sieh mal ein Stück mit rein... Oh... 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 TQ schläfst du? Die Süd könnte dunkel sein... Ja... Komm wieder weiter... Ja... Atlantis... Du gehst aus dem Border... Ich bin dabei... Ich bin auch Minen gelaufen im U-Boot... Unangenehm... Das tat bestimmt weh... Mach dir mal so Löcher in die Seite... Gut... Also... Vier Minen waren da... Die Knubbeln sich ziemlich im Norden... Überhand im Süden müssen wir ausnutzen... Lad mal AP durch... Weil die... Ich drück die Amagi im Süden nach Nord... Dann kannst du dir die... QV mal schnappen... Oder wir gehen beide auf die Dinge... Auf die... QV... Äh... C3 ist übersprungen... Ja... Ja... Dann können wir raus... Ihr könnt ein bisschen... Ja... Ihr könnt auch Zeit lassen... Ja gut... Wenn wir was binden... So... C4 ist gerade auf... Der war jetzt nice... Ah... Herrlich... Ja... Dann gammeln wir hier einfach rum... Ja... Die sind dann ja noch drin... Das ist gut... Von denen... Crash doch mal aus... Sophie Smoma... Oder so... 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 Das ist... Ihr müsst aufpassen... In Norden ist nicht... Einschicken... Ja... Hätten wir noch... Ein... 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 Von... Ein... 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 japan cv ja ja stimmt ja gar kann nicht mehr ja ja ich weiß nicht sagen wir es einfach raschen die kommen jetzt vor oben noch runter oder so ein tv es ist nur die die rushen die auf die bbs verzichten können die qv ist nicht gepanzert leute ss süd kommt und irgendeiner muss den irgendeiner muss den norden halten ich glaube ich bin dunkel im norden soll ich auf den smoke geben im süden auch fällt ok ich wollte eigentlich recht links machen aber alle die versenkt sind sollten vielleicht schon mal neu starten schade ist kein luft der cv kommt mitte da will einer vorzeitig raus wo drauf da ich möchte weg sein ja cv ist weg mitte skorpion atlantis kommen ein stückchen weiter nach vorne fährst gerade weg vorsicht sowie wir werden gerascht ich habe ihn weggemacht von dort in den süden runter mit einer ja es ist so weit postige schade wenn du mich dunkel hältst kann ich wer ist denn dieser pen vorsicht atlantis du fährst vor du bist nur vor mir ja 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 so dann zähfer weg ich habe 20 abschüsse nur vom fahrern ab 200 weg sein der ist weg user in your channel time es ist durch und Atlantis, was machst du da hinten? Komm nach vorne. Also Bravo-Setting, Charlie-Setting. Zufi, C3. Ja, ich fahr durch. Ja, ich hab auch Hedgehogs über. Mit U-Boot. Jetzt alle in E5. Über ist. Zorro. Das ist erstmal mit Apercom. Das ist immer eine Überraschung. Ja, Matze, kreuzt du mal. Ja, wobei, die haben jetzt keine 6.5er hier reingetan. Also wir haben gute Karten. Wann haben sie denn hier alle? Bombazier vor, ganz oben. B1, Bombazier vor. Am besten zu stellen den Dreck. Der Russ kommt rein. Ja. bei ja, касall Party. Ich würd mich jetzt den Rock on. B1, bombazier vor. Wir wollen Dreck. Die. B1, cash. B1, spike, Columbia. Die. Wir wollen Dreck. ich kann so leicht ausweichen wenn er aufpasst der brauche noch brauchen noch 23 na ja hast du noch geschafft alles gut du auch das war jetzt scheiße ja da hast du was gefangen ja ich habe gerade eine sprachnotiz am handy abgeschickt und ja in der mitte sind die schwach besetzt noch zwei bbs wie war das noch mit dem handy am steuer was machst du denn da im süden schon schon sind zwei weg auch von hinten krebel nach hinten der russer mitte der russer wenn man den finischen kann alles gut timmy ich weiß du bist der pro ich nicht aber ich bin trotzdem froh dass alles gut da oben kommt einer der mir jetzt gleich ein arsch aufreißt aber das machen doch wieder und jetzt f1 und was macht er denn ss kommt süd achtung ich muss grad südkaiser kommt rein müsste weg sein ach da ist noch was und der fünfte weg das wird nichts kragen daunen bei dem licht alles gut jetzt gerade echt ein bisschen fehlen